Wir machen gerade Messebungen mit dem Fokus auf Operationsverstärker. Und Operationsverstärker sind eigentlich Bauteile, die Spannungen vergrössern, verkleinern und verändern. Wir haben eine der grössten Elektronikproduktionen in der Schweiz. Dadurch interessiert sich die ganze Firma sehr für Elektronik. Wir haben eine sehr tolle Ausbildung und auch viele Möglichkeiten für Weiterentwicklung später. Man braucht gute Mathematikkenntnisse, logisches Denken und Freude an Technik und Programmieren. Wir freuen uns auf dich, bis bald! Wir freuen uns auf diese Behandlung auf und bis bald! Im neuenativa Wir freuen uns auf alle Weimos. Und wir freuen uns auf dich, bis bald, aufz XViten und festzloe. Und wir freuen uns auf deineинdauer. Wir freuen uns auf den Augen! Vielen Dank.